so also dieses weiße gebäude was da steht mit den blauen fenstern das stand zum damaligen zeitpunkt schon das ist ja dieses u das sieht man auf luftbildaufnahmen das gebäude höhere gebäude dahinter haben sie erst neu hingestellt also dieses mal muss mein finger dieses gebäude da das haben sie erst hingestellt da kann ich auch eingreisen und das was hier quasi davor ist also das hier mit den blauen fenstern hier das war siemens da sind quasi ist meine oma zum beispiel hingegangen und da haben sie dann die ganzen schallschränke da gemacht und so weiter und so fort um da halt für die telekommunikation halt dann immer am start zu sein also da haben sich die ganzen verdreitung und den ganzen scheiß dreck gemacht